Liebe Zuschauer, sie ist eine lebende Legende des Eiskunstlaufsports und ich denke, wir werden sie so oft in Deutschland nicht mehr live erleben, denn mit ihren 39 Jahren denkt sie so langsam an das Ende ihrer so erfolgreichen Karriere. 1981 gewann sie die Europa- und Weltmeisterschaften und bis heute über zehnmal die Profi-Weltmeisterschaften. Sie gab einer Pirouette ihren Namen und damit ist sie zur unsterblichen Legende geworden. Sie kann zwei bis drei verschiedene Dreifache noch heute und genau das möchte sie Ihnen jetzt unter Beweis stellen. Hier ist sie aus der Schweiz, Denise Billmann. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Eine fabelhafte Künstlerin auf dem Eis, oder liebes Publikum? Hier in Zeitruppe der dreifache Salchow, wunderbar ausgeführt von Denise. Sie hat mir erlaubt, dass ich ihr Alter übrigens sage, 39 Jahre alt, denn sie ist stolz darauf, dass sie noch heute all die Schwierigkeiten kann, die sie ihm da so zärtlich zu dieser Musik dargeboten hat. Applaus